Ich bin Erik Mayer, Professor für Marketing und Handel an der HHL Leipzig. Glückwunsch HHL zu 30 fantastischen Jahren. Als ich 2015 zum Vorsingen für eine Juniorprofessur an die HHL kam, konnte ich noch nicht ahnen, dass hier einmal meine akademische Heimat sein würde. Heute freue ich mich sehr an der HHL, die ja als Handelshochschule gegründet wurde, mit meinem Lehrstuhl das Thema Handel und Marketing vertreten zu dürfen. Glückwunsch HHL. Dazu, sich in den letzten 30 Jahren als eine der weltweit führenden Business Schools etabliert zu haben. Als Sachse muss ich auch sagen, dass es mich schon ein wenig stolz macht, dass gerade hier die einzige ostdeutsche Business School von Rang und Namen sitzt. Insofern auch ein wenig Glückwunsch an Sachsen. Glückwunsch aber auch zu 30 Jahren herausragender Forschung, die auf vielfältige Weise durch Grundlagen, aber auch transferorientierte Forschung Wissen geschaffen hat, was für Leipzig, für die Region, aber auch weit darüber hinaus nützlich ist und genutzt wird. Glückwunsch aber zu guter Letzt auch an all die Kolleginnen und Kollegen an der HHL. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, dieses persönliche und inspirierende Umfeld zu schaffen, was solche Leistungen in den vergangenen 30 Jahren motiviert hat. Insofern sage ich, auf die nächsten 30 Jahre, was soll ich sagen, besser noch auf die nächsten 124.